Ja, bei der heutigen Veranstaltung geht es ja um die Zukunftsperspektiven für private und natürliche Finanzen. Was die Zukunft angeht, wir können es nicht vorher sagen, es gibt nur eine Sache, die sicher ist, wir werden nicht lönern. Einige hier wissen das wahrscheinlich besser als ich, aber ich kann einen wieder erzählen. Musik 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 Musik